Yo, hallo Leute, hier ist aber euer Table Tennis Gamer. Ich muss euch was sagen, ich hab dieses Pokémon Go angefangen. Ja, ich hab hier, wenn wir draußen spazieren gehen, wenn ich so ein bisschen spazieren gehe, hab ich jetzt ein bisschen Pokémon Go angefangen, weil Majos Brüder das auch die ganze Zeit angefangen haben. Die meinten, die haben gesagt, komm Kevin, fang mal ein bisschen an hier, mach mal Pokémon Go, komm, spiel mal ein bisschen. Hab ich gedacht, ja, okay, komm, ich spiel ein bisschen Pokémon Go. Ich hab's im Livestream schon mal erzählt, ihr könnt mich auch als Freund hinzufügen. Deswegen dieses kleine Video hier, wenn ihr also wollt, könnt ihr mich gerne in Pokémon Go als Freund hinzufügen. Dann können wir uns Geschenke austauschen und was man dann nicht alles machen kann. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Der Freundescode steht hier wahrscheinlich schon längst irgendwo unten. Ansonsten, es geht mir gut und ja, Livestreams kommen, die Pokémon Auspack-Serie kommt. Ich hoffe, euch gefällt die Entwicklung auf dem Kanal hier im Moment und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. War jetzt nur ein ganz kleines Video für die Pokémon Go-Geschichte. Könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da zockt oder nicht und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!